Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stell Dich Ein mit Jörg, heute aus Langenhorn bei Baltic Fenster und Türen und den Laden gucken wir uns jetzt zusammen an. Mitkommen! Stell Dich Ein mit Jörg ist die Stellenanzeige 2.0, denn die geht genau da weiter, wo die Stellenanzeige aufhört. Dann immer man sich fragt, okay, wie sieht denn der Laden aus, wie sind denn die Kollegen, wie ist der Chef? Da komme ich ins Spiel, denn ich gucke mir eben ganz genau alles an, spreche mit allen Kollegen, spreche mit den Chefs und am Ende kann sich der Bewerber ein sehr gutes Bild davon machen und sagen, genau da möchte ich mich bewerben. Moin! Moin! Stell Dich Ein mit Jörg ist da, ich soll heute den Tag mehr dabei. Wer bist du? Ich bin Pia. Pia, okay. Und das ist? Lola. Lola, der Bürohund. Genau. Das ist ja cool. Oh, das war ein netter Raum hier. Das ist unser Besprechungsraum, unter anderem auch empfangen wir hier Kunden, um denen einmal zu zeigen, wie ihre zukünftige Tür eventuell aussehen kann. Ach, hier auf dem Fernseher? Ja, genau. Okay. Den darfst du schon mal drehen. Ach, das ist ja geil. Ach, dann ist das so quasi das Modell, das man so sehen kann, ah, das wäre dann meine neue Eingangstür, die ich mir hier bei euch habe. Aber das ist natürlich geil, ne? Also, merke ich mir für zu Hause. Was ist deine Position hier? Was machst du? Ich bin im Vertriebsendienst, also Kalkulation, technische Beratung. Ja. Genau. Und wie lange schon hier? Seit acht Jahren. Was soll ich machen? Du darfst schon mal ein paar Tassen und Gläser aus dem Regal holen, so drei, vier Stück. Da kommt mir doch wieder meine alte Ausbildung zugute, ne? Ich als alter Restauraffermann werde das doch wohl noch schaffen, hier drei Becher und vier Gläser auf den Tisch zu stellen. Das ist ja total cool. Okay, und dann kann ich mir als Kunde quasi das nochmal so angucken, weil auf dem Bild oder auf dem... Ja, genau. Da sieht man das nochmal in voller Lebensgröße. Nachdem wir dann fertig waren, da kam Rabia zu mir. Die wollte gerade auf die Baustelle gehen, weil da ein Kunde von ihr Fenster einbaut. Hat sie mich gleich mitgenommen, sind wir zu Fuß gegangen. Das war eben um die Ecke. Genaue Bezeichnung, was bist du? Ich mache die Vertriebsleitung im Innendienst. Ja. Und jetzt seit dem 1.7. auch die Serviceleitung. Ah, okay. Da habe ich Janis kennengelernt. Das ist ein Montagetischler und der war gerade wirklich dabei, die Fenster einzubauen. Dann kommt man rein. Nach dir. Oh, das ist aber eine schöne große Halle hier. Ja. Jetzt muss ich einmal für mein Verständnis haben. Also du bist Kunde von Baltic? Ja. Hast du die Fenster gekauft? Genau. Ich kriege eine Zeichnung, wenn so ein ganzes Projekt losgeht. Das Fenster muss ich natürlich anfragen bei Baltic. Wenn dem Kunden das zusagt, werden die bestellt. Was würdest du jetzt machen, Janis? Ja, das Fenster habe ich jetzt schon montiert. Wir können mal zusammen so einen Flügel einhängen, damit du auch mal weißt, was da so an Gewicht drinsteckt. Einfach runterfassen. Oh, ja. Hat ein bisschen Gewicht auf jeden Fall. Wir haben hier den linken Flügel. Wir müssen auf die linke Seite von dem Fenster. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ich will ja nichts kaputt machen. Einfach erstmal nur festhalten. Ich regele den Rest. Das kann ich. Einmal einen Stift rein. Und jetzt hält er schon. Ja, tatsächlich. Und jetzt kommt die Frage. Oh, guck mal hier. Da hat er gut gearbeitet, der Janis. Passt wie angegossen, aber Baltic hat er auch gut gearbeitet, oder? Haben die auf jeden Fall. Oh, guck mal. Da kommt die Chefin. Hallo. Guten Tag. Flügelhengst. Janis, wie warst du dich? Ja, super. Ganz okay? Also, wenn du noch was im Nebenjob, im Nebenwaltungs. Ich bin ja heute bei Baltic. Und wie sieht es aus? Baustelle kontrolliert, alles gut? Ja, passt auch soweit, ne? Wir gehen wieder rüber. Dann gibt es noch mehr zu. Vielen Dank. Ich danke dir. Und werde ich mir merken, ich habe was gelernt mit den Fenstern. Ist immer gut, wenn man Handwerker fragt. Nachdem ich dann mit Rabea den langen Weg wieder zurückgegangen bin hier in die Firmenzentrale, hatte ich so ein bisschen Kaffee-Durst. Und dann bin ich hier hochgegangen in den Aufenthaltsraum. Stell dich einmal, Jörg, wo die Stellenanzeige nicht hinkommt, auch in den Kaffeeautomagen. Ach, guck mal hier. Das finde ich auch immer cool. So Zukunftsbilder, ne? Da kann man gleich sehen, wofür steht dieses Unternehmen, die Firma. Was sind die Werte, Überzeugungen, guck mal ihr Charakter, das Warum. Ah, Jörg. Moin. Moin. Da habe ich den Geschäftsführer getroffen und den Geschäftsführer der Gruppe. Das musste ich nämlich auch lernen. Also Gregor ist der Geschäftsführer von Baltic. Und Thomas ist der Geschäftsführer der Gruppe, der Baltic angeschlossen ist. Das heißt, Baltic ist nicht das einzige Unternehmen in dieser Gruppe, sondern wahrscheinlich noch ein paar mehr. Genau. Das ist ein Familienunternehmen. Wir sind mit der EGE-Gruppe jetzt 50 Jahre alt geworden, gerade in diesem Jahr. Baltic macht uns unheimlich viel Spaß. Super Mitarbeiter. Und insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir den Schritt hier in Richtung Norden gemacht haben. Ja, ich glaube, ihr seid jetzt irgendwie 107 Mitarbeiter oder so. Wo soll da die Reise hingehen? Ich denke, dass die Baltic schon Richtung 130, 140 Leute perspektivisch zu dem Datum 2027 wachsen wird. Ja. Das möchten wir. Ich glaube, das werden wir auch schaffen. Ja, da eigentlich herzlich willkommen an jeden, der dabei sein will. Wie für eine Vergünstigung macht ihr? Habt ihr da sowas im Portfolio? Ja, also E-Bike-Leasing ist erstmal ein Thema. Das ist ganz gut als Firmenbike. Wir haben eine Art Kreditkarte. Da bekommt der Mitarbeiter einen bestimmten Betrag, den er dann netto für sich hat. Da haben wir einfach auch so einen hohen Sinn nach Gerechtigkeit und sagen, das machen wir als Team und das ist für jeden und machen wir keine Unterschiede. Ja, nachdem ich den Kaffee dann getrunken hatte mit der Geschäftsführung, bin ich zu Sven gegangen. Und Sven ist quasi QM-Management. Der muss dafür sorgen, dass die Fenster und die Türen, die hier gefertigt werden, am Ende auch dem Qualitätsstandard entsprechen, den sich Baltic selbst auferlegt hat. So, ihr Lieben, wie immer an dieser Stelle, besser wird's nicht. Erzähl mal jetzt, was wir machen. Wir haben hier ein Element von unserer Mutterfirma. Die hat keinen Bodeneinstell. Also die Stelle geht von hier nach da. Das ist der Fußboden. Ah, okay. Also du bist sozusagen in der Grunde bodenheben. Also das ist barrierefrei, genau. Bodenheben, okay. Machen wir jetzt einfach mal... Was machen wir jetzt? Einen Regentest? Einen Regentest, ja. Das heißt Wasserdichtigkeit? Genau, Wasserdichtigkeit. Ach, das regnet. Jetzt simulieren wir damit den Regen. Jetzt nimmt der Wind aber auch zu, ne? Nee, genau. Jetzt fängt der Wind hier an. Oh, man hört's schon. Hört ihr schon Faisen? Und noch läuft nichts raus? Es läuft alles außen ab? Noch läuft nichts raus. Wie lange bist du jetzt hier schon bei Baltic? Ich bin hier seit über 24 Jahren bei Baltic. Dann ist es wohl ganz gut, oder? Das ist ganz gut, ja. Auf jeden Fall. Und du hast, glaube ich, deinen Sohn auch ins Unternehmen gebracht? Ja, der hat letztes Jahr Abitur gemacht. Der ist hier in der Produktion, kann in der ganzen Lige hier alles bedienen. Das zeigt ja aber auch, wenn Fadi von der Firma überzeugt ist, wenn der Sohn dann auch noch da arbeitet, dann muss es ja wirklich gut sein. Das ist so. Ja. Würdest du sagen, das Fenster hat den Test bestanden? Das Fenster hat den Test bestanden, ist kein Wasser reingekommen. Nee, guck mal, kein Wasser. Jetzt würde ich ja gerne auch mal so ein Fenster zusammenbauen, ne? Dann musst du zu Mario gehen. Halte ganz ruhig bis ans Ende. Moin. Moin. Wir schweißen die Elemente heute zusammen. Wir schweißen Elemente? Wir schweißen, genau. Ich hab meine Arbeitslampon an, ich sag mal, dann lass uns mal zusammen schweißen. Dann geht's los. Du hast linkes Teil. Dann kommt das auf die linke Seite. Auf die linke Seite. Ah, okay. Dann leg ich die hier so rein. Genau. Achtung. Erzähl mal so ein Anforderungsprofil, was muss ich können? Ja, die muss locker drauf sein, die Person. Schaff ich? Zuverlässigkeit ist ganz wichtig. Bin ich? Handwerkliches Geschick. Hab ich auch. Mann oder Frau, ist egal? Das ist egal, genau. Wir haben auch zwei Damen im Moment in der Produktion. Die machen ihren Job genauso gut wie die Männer. Wir nehmen alles gerne. Jung und dynamisch ist natürlich auch gerne gesehen. Aber alt und erfahren ist auch gut. Aber alt und erfahren ist genau das Gleiche. So Mario, jetzt haben wir ja die Tür fertig gemacht. Jetzt will ich aber auch sehen, wie die Scheibe da reinkommt. Wo muss ich da denn hin? Ja, da musst du gleich zu Dennis. Okay. Da gehst du hier einfach durch die Tür durch und dann lässt du dich einfach mal überraschen. Dennis, auch total cooler Typ. Seit zwölf Jahren im Unternehmen. Er hat das Herz auch im rechten Fleck und nimmt auch kein Blatt vom Mund. Das gefällt mir natürlich immer. Die Scheiben, die werden da vorne eingesetzt. Ich kriege das fertige Fenster soweit. Ich mache jetzt nur noch die Leisten rein. Ah, okay. Alles klar. Achtet auf Fehler, kleine Kratzer, sonst was, die man schon mal wegretuschieren kann. Die Handschuhe machen, legen schon welche parat. Okay. Und dann haben wir halt zusammen diese Leisten da reingekloppt im wahrsten Sinne des Wortes. Scherben bringen ja bekanntlich Glück, ne? Ja. In Stichung. Ja, genau. Und jetzt weiterziehen. Also, ne? Und jetzt von der anderen Seite entgegenkommen. Super, das sieht doch gut aus. Und ab zum Fenster. Erzählen wir mal ganz kurz hier Arbeitszeiten bei euch in der Halle. Normal sechs bis viertel nach drei. Was machen wir wegen hier viel Aufzug? Nur eine Stunde länger bis viertel nach vier. Ja. Kann man auch mal sagen, ich muss heute mal ein bisschen später kommen oder was? Ja, sicherlich. Also, wenn wir mal was vorwerfen, was wichtig ist, dann gehen wir mal zum Arzt, dann geht alle. Also, es wird hier alles ermöglicht. Ja. So, Dennis, jetzt haben wir die Fenster hier hergeschöpft. Aber was passiert denn jetzt mit den Fenstern? Wo gehen die hin? Ja, wenn die fertig gebündelt sind bei uns, dann gehen sie raus zum Lager. Dann gehst du mal über den Hofplatz und suchst dir den Knut. Das mach ich. Einen kleinen braun gebraten Sunnyboy. Knut ist Lagerist. Seit 28 Jahren in Betrieb. Und den hab ich dann draußen auf dem Platz getroffen. Gabelstabler fahrenderweise. Der hatte gerade eine Palette Fenster auf der Gabel. So, und jetzt will ich natürlich wissen, was passiert mit den Fenstern, wenn die auf der Palette sind, ne? Die guten Stücke kommen jetzt in Halle 5. Und dann werden die mit Folie eingewickelt. Und dann werden noch hier die Griffe dazu gepackt. Und? Abfahrt. Und wo kommen die jetzt rein? Einfach oben drauf. Einfach hier? Ja. In der Produktion hab ich angefangen. Okay. Und dann, ich hab auch vorher mal als großen Auslandskaufmann im Lager gearbeitet. Ja. Und dann bin ich irgendwann ins Lager gegangen. Und? Seit 20 Jahren. Wahrscheinlich schon ganz cool, oder? Hammer geil. Ja, genau. Das ist das Beste. Und was würdest du sagen, so hier Teamkollegen und so? Hammer geil. Ja, deshalb bin ich auch noch immer hier. Und jetzt bist du ja auch Gabelstapler. Kann ich hier auch ohne Qualifikation anfangen und kann ich dann irgendwie mich schulen lassen? Klar. Kannst hier anfangen und dann machen, haben wir ja auch schon viele hier geschult. Das ist wohl alles möglich. Das ist kein Problem. So. Einmal so. Genau. Und einmal so. Super, du kannst ja doch was. Sehr schön. So. Ich will ja mich nicht beschweren, ne? Aber das war jetzt schon eine schwere Arbeit und ich merke, die Zunge ist langsam pelzig. Brauchen die Luft. Vielleicht nochmal einen Schluck trinken oder so? Getränke, ich bin dabei. Lädst du mich ein? Logen, Liga. Ich gebe auch einen aus. Los. Ja, auch klar. Dann klauen wir los. Da kommen wir hoch in den Pausenraum. Da sind die anderen. Und ja, da haben wir dann nochmal so ein bisschen den Nachmittag oder den Arbeitstag ausklingen lassen. Und ich kann nur sagen, für alle die, die wirklich Lust haben auf ein cooles Unternehmen und auch tolle Kollegen, tolles Team. Baltic Fenster und Türen. Ein richtig, richtig gutes Unternehmen. Jung, innovativ. Also man sollte sich hier Tunis bewerben. Das war die letzte Folge. Stell dich an mit Jörg. Aber morgen ist mein Baltic. Prost, ihr Lieben. Danke für den schönen Tag. Sehr gerne. Ich muss nochmal mal ein sagen können. Jedenfalls. Tschüss.